Willkommen zu einem neuen Part, Story of Seasons! Ich hatte ja im vorherigen Video angekündigt, dass ich vielleicht so ein paar Tage offline spielen werde, also offscreen ohne es zu filmen, damit das nicht so langweilig ist. Und das habe ich auch gemacht, also ich habe glaube ich zwei Tage oder so gespielt, also es ist nichts Großartiges passiert. Und ja, wir haben den 29. Frühling, das heißt, wir haben bald endlich den Frühling geschafft, nach ungefähr neun Monaten, glaube ich. Ja, man sieht, ich habe das Spiel sehr aktiv gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube sogar, wenn ich es nicht aufgenommen hätte, also wenn ich Story of Seasons nicht aufnehmen würde, hätte ich mehr gespielt, weil das mit dem Aufnehmen war ja immer so ein Problem. Also inzwischen ja nicht mehr, ich habe jetzt meinen neuen PC dazu, so kommt nämlich auch noch ein Video. Ich sollte mich mal bald darum kümmern, dass ich das Video auch mache, mit meinem neuen PC, wo ich meinen PC vorstelle. Ja, vorher hatte ich halt keinen eigenen PC. Ups, warum? Oh mein Gott, will ich das Pferd erschlagen oder was mache ich da? Ah, meine Tasse funktioniert nicht. Ja, und ohne den eigenen PC war ich nicht so flexibel mit den Aufnahmezeiten. Das heißt, ich konnte halt immer nur aufnehmen, wenn die Umgebung das zugelassen habe, sage ich mal, weil ich wohne ja noch bei meinen Eltern. Was heißt noch? Ich bin 18 Jahre alt. Ich glaube, da ist es sogar noch normal, bei seinen Eltern zu wohnen. Ja, und wenn die halt da waren oder mein Bruder im Hintergrund, dann kann man halt schlecht aufnehmen, weil ich glaube, die Geräuschkulisse im Hintergrund wäre nicht so schön. Und ich wollte meine Videos ja schon etwas professioneller gestalten. Und ja, aber inzwischen habe ich einen eigenen PC, deswegen kann ich auch öfters aufnehmen. Und ich habe den ja jetzt ungefähr schon seit zwei Wochen oder so und ehrlich gesagt kamen gar nicht so viele Videos. Das lag daran, dass ich in eine Sucht verfallen bin und zwar in die League of Legends Sucht. Ja, das tut mir leid, aber ich weiß nicht. Leute, die das Spiel spielen, werden das verstehen. Ich habe mir aber jetzt vorgenommen, definitiv wieder mehr aufzunehmen. Und ich habe mir jetzt so einen Plan gemacht, an welchem Tag ich was aufnehme und wann ich was hochlade. So, ich habe den Plan aber nicht öffentlich gemacht. Ich hatte auch mal in meiner Kanal-Info so einen Plan, wo ich wann was hochlade, aber die habe ich jetzt rausgelöscht, weil ich werde mich eh nicht dran halten. Ich werde aber versuchen, möglichst in der Woche fünf oder sechs Videos zu bringen. Also jeden Tag ein, außer sonntags oder irgendein Tag halt. Keine Ahnung. Ich werde versuchen, so oft wie möglich Videos zu bringen. Warum gehe ich hier rein? Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade erzähle. Ich müsste es eigentlich eher in die Animal Crossing Parts packen, weil da mehr Leute zuschauen. Aber das ist sowieso nicht das Thema, worüber ich in diesem Part reden wollte. Ich wollte in diesem Part, ich mache ja immer Story of Seasons, so eine Laberrunde. Ja, und ich wollte einfach darüber reden, wie es denn so ist mit YouTube, dass man so Hate bekommt oder so. Und genau so YouTube Flamen halt einfach. Und ich muss sagen, bei mir ist das relativ wenig. Ich würde generell sagen, bei Let's Playern und in der Gaming-Szene, sag ich mal, ist sowieso generell weniger Flamen und Hate zu finden. Ich würde sagen, bei so Beauty-Sachen oder so, oder diesen Lifestyle-Prank-Szene ist der Hate am allergrößten. Zum Beispiel jetzt Abo, Abo, wie heißt der? Abo Red? Ich kann auch nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Der wird jetzt, seine Videos werden ja teilweise 50-50 bewertet. Also 50% Daumen hoch und 50% Daumen runter. Das ist halt schon echt krass. Ja, es liegt halt auch einfach an dem Content, was da produziert wird. Ich meine, was kann man denn an so einem Let's Play jetzt großartig haten? Man kann sagen, deine Stimme ist scheiße, du bist scheiße. Okay, man kann immer haten. Aber ich meine jetzt so, bei Lifestyle-Sachen kann man halt mehr haten, würde ich sagen. Bei Let's Play ist es einfach nur, ob, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Hate ist halt oft auch so Neid oder sowas, würde ich sagen. Natürlich kann auch die Person unsympathisch sein. Aber ich persönlich denke mir so, wenn ich eine Person nicht mag und sie mir unsympathisch ist, dann klicke ich auf das X rechts oben im Fenster. Oder klicke auf YouTube irgendwo anders hin und zwar nicht auf das Video, was ich nicht mag von einer Person, die ich nicht mag. Weil wenn man eine Person nicht mag, heißt es ja nicht, dass das Video schlecht gemacht ist. Ich denke, die Person hat sich trotzdem Mühe gegeben, um dieses Video zu produzieren und ja, hat sich einfach Mühe gegeben. Und nur, wenn man die Person nicht mag, finde ich es irgendwie ein bisschen unfair, wenn man die direkt so runtervotet oder einen Kommentar schreibt. Das finde ich am allerblödsten. Weil, wenn ich die Person nicht mag, dann ignoriere ich sie einfach, anstatt ihr zu schreiben, du bist scheiße. Oder wenn man ein Video vom Inhalt nicht mag, dann ist es ja okay, den Daumen runter zu geben oder halt einen Kommentar zu schreiben. Aber der sollte dann auch immer sachlich sein und nicht so, oh, du bist scheiße, was machst du, bla bla bla, dumme Kuh, bla bla bla. Oder sowas nach dem Motto. Man könnte schreiben, hey, das Video fand ich nicht so gut, weil du das und das gemacht hast. Vielleicht könnte es beim nächsten Mal so und so machen. Oder vielleicht könnte es beim nächsten Mal was anderes machen. Halt konstruktive Kritik geben. Ich glaube, das würde am meisten helfen. Aber ich denke mal, dazu sind ein paar Leute einfach nicht in der Lage. Und deswegen wird es auch immer weiter Hate und Flame geben. Und ich will mich gar nicht beschweren. Ich habe nicht viel. Aber ich wollte es einfach nur mal analysieren, wie das denn so ist. Und ja, keine Ahnung. Ich finde, man sollte einfach das Motto leben und leben lassen. Ähm, ich meine, ja, ist doch eigentlich egal, was eine andere Person macht, solange es dir ja nicht schadet. Es schadet, es schadet ja einem nicht. Ja, genau. Man braucht es ja, wie gesagt, nicht gucken. Niemand zwingt einen dazu, die Videos anzuschauen. Und ich meine, wenn man die Person nicht mag und dann auf das Video drückt, gibt man der Person auch noch einen Klick und definiert ein Geld dadurch. Also würde ich mir immer genau überlegen, ob ich auf dieses Video klicke. Und generell durch diesen Hate und sowas kommt auch irgendwie so die Bekanntheit und die, ähm, wie sagt man das? Ja, man wird auch bekannt durch Hate und Flame und Hass und man bekommt Klicks trotzdem. Es gibt ja auch immer diese, ich finde, dass es, ich vermute einfach mal, dass diese ganzen Beefs und sowas, die ja auch ziemlich viel Hate und sowas regenerieren, ähm, auch teilweise gestellt sind, weil sie einfach Clickbait sind und, äh, Klicks bringen. Und das ist sozusagen, ähm, PR für die. Nicht PR. Ne. Public Relations ist das nicht. Das ist, ja, PR doch, irgendwie schon. Ja. Ich überlege gerade über den Begriff, weil ich, ähm, habe ja jetzt angefangen zu studieren und PR heißt ja eigentlich, oh, warum bin ich überhaupt hier? Ottmar war doch eben gerade da oben. PR heißt ja eigentlich Public Relations und wenn man das so sagt, das ist Public Relations für die YouTuber, klingt das irgendwie falsch. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, ja, aber wieder zurück zum Thema. Ähm, ja, wie gesagt, ich könnte ja gerne mal eure, eure Ansicht dazu schreiben. Ich persönlich verstehe jetzt auch nicht, also ich habe, wie gesagt, wenig Hate, eigentlich fast gar keinen, aber ich habe halt auf meinen Animal Crossing Videos immer Daumen runter. Immer. Es hat früher, war das nicht so, aber dann hat es so angefangen und ich weiß halt nicht, was ich falsch mache. Ich denke, das sind einfach Leute, die, keine Ahnung, was sie falsch finden oder was sie stört. Vielleicht bin ich denen einfach nicht sympathisch. Das kann sein, aber ich verstehe nicht, warum sie dann immer wieder meine Videos, also ich vermute mal, das sind immer die gleichen, die meine Videos abvoten, weil es auch immer ungefähr die gleiche Anzahl an Upvotes. Es sind irgendwie immer nur vier, drei. Das höchste war, glaube ich, mal 16 oder so, aber dafür hatte ich auch irgendwie 200 oder 100 irgendwas Upvotes. Muss man halt auch immer alles in Relation sehen. Ja, und ich würde halt auch sagen, das Wichtigste ist, wenn man YouTube macht, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt, wenn man Hate oder sowas abbekommt. Und ja, weil sonst würde ich sagen, fängt man am besten gar nicht mit YouTube an. Was mich halt irgendwie ein bisschen stört manchmal, ist halt, keine Ahnung. So manche Beauty-Youtuber finde ich halt sehr blöd, unsympathisch, wie auch immer. Aber ich schaue mir deren Videos dann einfach nicht an. Ich schaue gerne Beauty-Videos. Meine Lieblings-Youtuber sind zum Beispiel Niki Tutorius, Hatice Schmidt. Das ist eine deutsche, coole, sehr coole YouTuberin. Ich kann wirklich gerade nicht mehr reden. Eine deutsche, sehr coole YouTuberin in Sachen Beauty. Hä? Hat er nicht? Hä? Achso, ich habe ihm schon Geschenke gegeben, kann das sein? Ich habe gerade nicht so richtig aufgepasst. Mein lieber Reggie. Ich kann seinen Namen noch nicht aussprechen, ich habe ihn gerade vergessen. Ich bin so eine schlechte Liebhaberin. Ähm. Ja, wo war ich den geblieben? Im Haya Hatice Schmidt. Die hat aber für meine, meiner Meinung nach noch zu weniger Abos für den Content, die sie macht. Weil sie macht das echt super gut. Und ich finde so, kein Hate, das ist kein Hate, aber BB Beauty's Palace und Dagi Bee habe ich lange nicht mehr geschaut. BB Beauty's Palace habe ich auch lange nicht mehr geschaut. Ich habe die eigentlich noch nie geschaut. Aber so, was ich immer mitbekommen habe, ist das eher für mich so Trash-Content. So einfach Clickbait ohne richtigen Inhalt. Ich würde die auch nicht mal als richtige YouTuberin, äh, Beauty-Youtuberin bezeichnen, weil sie machen halt nicht mehr wirklich Beauty, sondern, keine Ahnung, auch so Lifestyle. Ups, mein PC ist gerade runtergefahren. Also in den Energiesparmodus. Ich hoffe, es hat noch weiter aufgenommen. Ah, ja, sein Land ist da. Gut, dass ich da reingeguckt habe. Ich wäre schon beinahe weggelaufen. Ähm, mal schauen, ob wir genug Geld zusammenbekommen. Oha, 99 Steckrüben. Wir haben noch genug Futter in der, äh, in der Lagerkiste. Deswegen verkaufe ich das jetzt alles. Ähm, ja, bei meinem Thema. Ja, wie gesagt, also kein Hate gegen BB Beauty's Palace, aber für mich ist sie keine Beauty-Youtuberin mehr. Und ich finde da so die richtigen Beauty-Youtuber, die sich, äh, die halt wirklich dieses Beauty-Youtuber-Ding umsetzen, kriegen halt in Deutschland zu wenig Aufmerksamkeit. Deswegen schaue ich gerne, ähm, auch amerikanische oder englische oder internationale Beauty-Youtuber, weil das auch so authentischer irgendwie ist. Ich weiß nicht. Obwohl ich auch, muss sehr auffassen bei Beauty-Sachen, dass da ist oft sehr versteckt, Product-Placement und sowas. Ähm, und das wird auch nicht immer richtig gekennzeichnet. Also authentisch würde ich jetzt auch nicht richtig sagen. Viele Beauty-Youtuber machen ja auch Kooperationen mit so, ähm, Make-up-Marken. Und da weiß man auch nicht, ob das jetzt, ähm, einfach nur, weil es deren Kooperation ist oder ob sie wirklich davon, natürlich ist es deren Kooperation, deswegen reden sie positiv darüber. Und das Produkt kann im Endeffekt doch schlecht sein. Deswegen, da ist es halt irgendwie ein bisschen kritisch, weil man dann halt auch offen diese Produkte zeigt. Bei anderen YouTubern-Sachen, zum Beispiel Gaming, ist halt die Spiele. Da ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass man ein Spiel spielt, das eben, das einem gar nicht Spaß macht und das man überhaupt nicht mag. Ähm, deswegen sind, ist das irgendwie authentischer. Und bei Lifestyle, würde ich sagen, sind Produktplatzierungen sowieso immer sehr klar zu erkennen. Ähm, ja, aber wir wollten eigentlich über Hate reden. Warum rede ich über Product Placement? Ähm, ja, wie gesagt, im Gaming-Bereich finde ich Hate sowieso ziemlich wenig vorhanden. Ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht was Falsches verkaufe. Habe ich gerade was Falsches verkauft? Ich hoffe nicht. So. Oh mein Gott. Wir könnten... Äh... Bauplan kaufen. Wir könnten den Hühnerstall kaufen, oder? Jaaa... Saatgutscheine. Wir kommen jetzt erst in den Hühnerstall. So, und was brauchen wir da? Kleinholz, Holz, Stein, Haustierfutter. Okay. Da müssen wir uns die nächste Folge mal darum kümmern, dass wir das alles zusammen bekommen. Und... Das werden wir auch schaffen, denke ich mal. Aber richtig cool, dass wir den Hühnerstall schon haben. Ich dachte, das wird jetzt noch länger dauern. Aber praktisch... Ich glaube, ich habe Mikhail, oder wieder nicht Mikhail, wie heißt der denn? Die anderen, die da wohnen, nicht Hallo gesagt, aber egal. Das ist nicht so anstrengend hier an Starry Seasons immer allen Hallo zu sagen. Der Ottmar ist halt aber ganz schön fleißig unterwegs. Ups, ich wollte es gar nicht aufnehmen. Ja... Ich glaube, ich habe hier nichts mehr zu machen. Elise, der habe ich auch schon Hallo gesagt. Jetzt ist meine Tasche auch endlich mal leer, nachdem ich bei Seidenland verkauft habe. Aber ja, was ich jetzt noch abschließend dazu sagen kann, ist, dass Hate eigentlich schon zur Normalität geworden ist. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Leute einfach Sachen ignorieren, die sie nicht interessieren. Aber mich würde ganz brennend eure Meinung interessieren, wie ihr das findet. Ob ihr, könnt auch ruhig ehrlich sein, ob ihr jemanden schon mal gar nicht mögt und ihm auch vielleicht mal ein paar Kommentare schreibt, die jetzt nicht so nett sind. Ob ihr das jemand schon mal gemacht habt. Ich glaube, ich habe auch schon mal sowas gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ja, keine Ahnung wie lange schon auf YouTube aktiv. Ich habe zum Beispiel diesen Kanal schon seit 2012, aber habe davor auch schon Videos geschaut. Und ich produziere Videos erst seit Ende 2015, also nicht mal ein Jahr. Und ja, das ist eine ziemlich lange Zeit auf YouTube. Und ich würde definitiv sagen, ich habe schon mal gehatet und auch nicht so nette Kommentare da gelassen. Und ich habe auch bestimmt schon sehr viele Daumen runtergegeben. Aber diese Einstellung kommt auch irgendwann mal so mit dem Alter. Und da habe ich irgendwann mal eingesehen, dass das doch einfach gar nicht nötig ist. Ich meine, durch meinen Upvote wird die Person jetzt auch nicht anders. Oder die Person wird sich auch nicht ändern. Vor allen Dingen nicht, wenn man ihr auch nicht sagt, was sie falsch macht. Oder warum sie halt so den Upvote verdient hätte. Weil ich meine, sonst bringt das ja einfach gar nichts. Es ist einfach nur nutzlos irgendwie jemanden eins reinwirken und ohne, ohne nichts halt einfach. Einfach, wenn man gerade schlecht gelaunt ist oder sauer ist, einfach downloaden. Und die Person, die das Video gemacht hat, denkt sich so, hm, warum habe ich denn so viele Upvotes? Ich habe mir auch so viel Mühe gegeben bei dem Video. Und das finde ich halt blöd. Also mir persönlich ist es noch nicht so passiert, aber ich muss sagen, ich war schon mal ein bisschen traurig, als ich 17 Upvotes oder so bekommen habe auf einem Animal Crossing Video. Da habe ich gesagt, was habe ich denn an diesem Video anders gemacht? Ich weiß es nicht. Und hätte mich da schon gefreut, wenn die Leute auch geschrieben hätten, was ich besser machen könnte. Aber, naja, sonst bin ich sehr frohfried mit der Community. Ihr seid alle richtig nett und richtig, richtig nett und supportive. Das Einzige, was mich manchmal stört, aber das ist keine große Sache, ist, dass ihr manchmal so in die Kommentare schreibt, ihr zum Beispiel von Story of Seasons, ich wette, jemand schreibt hier unter diesem Story of Seasons Video, was morgen kommt. Wann kommt Animal Crossing? Animal Crossing kann doch schon lange nicht mehr. Wann kommt mal wieder Animal Crossing? Diese Kommentare lese ich unter jedem Video, das nicht Animal Crossing bezogen ist. Und ich meine, mein Kanal heißt ja nicht Mini Molly Animal Crossing New Leaf Let's Play. Ist mein Kanal, heißt Mini Molly. Und die Unterschrift ist Gaming und Co. Ich spiele auch andere Spiele außer Animal Crossing. Aber egal. Darüber kann ich auch nochmal ein Video machen. Ihr könnt mir auch gerne Themen für die nächsten Laberrunden hier in Story of Seasons schreiben, worüber ihr gerne sprechen würdet. Und ja, ich sage dann Tschüss und bis zum nächsten Story of Seasons. Let's play! Bye! i